In der Waltersdorfer Asylunterkunft hat es offenbar ein Tötungsdelikt gegeben. Nach Angaben der Polizei hatten Bewohner in der Nacht zum Sonntag einen schwer verletzten Mitbewohner in einem der Unterkunftsgebäude gefunden. Der herbeigerufene Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Augenscheinlich wies der Mann eine stark blutende Wunde auf. Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich bei dem Verstorbenen um einen 31-jährigen Mann. Die Kriminalpolizei hat in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Chemnitz die weiteren Ermittlungen übernommen. Noch vor Ort wurde ein Rechtsmediziner hinzugezogen. Die genaue Todesursache sowie die zweifelsfreie Identität werden nun durch eine Obduktion geklärt. Kriminaltechniker sind derzeit in der Gemeinschaftsunterkunft zur Spurensicherung eingesetzt, um weitere Erkenntnisse auf das Geschehen und den Tatablauf zu erlangen. Zudem versuchen Kriminalisten durch Befragungen der Bewohner weitere Hinweise auf das Tatgeschehen zu gewinnen. Die Todesumstände sind noch nicht bekannt. Sekund. Untertitelung des ZDF, 2020